Also mein Name ist Anne Brunke, ich bin in Deutschland groß geworden und ich muss sagen in Deutschland wird Kunst an den Schulen für die Kinder ernst genommen. Die Kinder lernen viel über Kunst. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber ich habe als Kind immer sehr gerne am Kunstunterricht teilgenommen in Deutschland. Ich denke, es ist schade, dass ich das nicht weitergemacht habe. Ich hätte gerne vielleicht Kunst studiert. Leider habe ich Kunst aber nicht als ein Metier gesehen und daher kam das für mich nicht in Frage. Aber wenn ich zurückblicke, hätte ich es vielleicht doch tun sollen. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, mich künstlerisch auszudrücken und mich künstlerisch auszuleben. Und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass Erwachsene auch an Kurse teilnehmen können und das nachholen können, was sie vielleicht als Kind oder als Jugendliche nicht machen können. Ich habe eine Menge Künstler aufs Gerät gewählt, das ist eine Aktivität als Kind. Und es ist eine kleine Bühne, die wir in der Kürze ist. Unserer Kleinfeld an dem Jahr hat man die Kürze ab damals auf jemals Senf, das ist etwas von an. Ich habe dann auch ein paar Grund, dass wir an den Kürze duy, dannpurposeig an die ZAND. Der Kürze ist ein sehr schönes Wohl, dass die Kürze gusta, weil ich es nieuwe, als Erwachsene auch immer besser auszulegen eher auszulegen. Das ist es so, ich habe das eine Kürzee und ein wenig überraschensgefüß. Aber ich habe einen Begeleid, weil es oben über das Kürze ist. Und ich habe die Kürzei und sie sich hier ein wenigstatt. Vielen Dank.